Social Media Social Media Social Media Social Media Social Media Social Media Was sind die Dienste im Internet? Soziale Medien Verschiedene Quellen von Informationen Da ist sicher WhatsApp Internet Instagram Also Kontaktpflege im Internet Dass man im Internet sieht oder sagen was man denkt und auch teilen mit anderen Facebook Twitter I don't know New way to interact Ja WhatsApp Kontaktaufnahme modernes Kommunikationsmittel Und so Austausch zwischen Personen ohne direkten Kontakt Ich weiss nicht Und Snapchat Schenke Wie das alles heisst Ja Ich nutze Facebook und WhatsApp Ich habe Facebook und WhatsApp Mail-Austausch Läuft das auch darunter? Ich selber habe Instagram und Facebook und bin nicht fliessig am Posten Ich komme zum Beispiel aus der Ukraine und wir haben etwas ganz ähnliches wie Facebook heisst In Kontakt Und dann hast du Zugang zu verschiedenen Informationsquellen Und dann hast du Zugang zu verschiedenen Informationsquellen Also Facebook und Insta Das ganze Instagram-Bezüge habe ich nicht Ich habe soziale Netzwerke soziale Netzwerke aber nicht zum Kontaktpflege ins Ausland Bis zum nächsten Mal